Wie ist die Feuerwehr alarmiert? Die Feuerwehr wurde alarmiert, weil es hier im norddeutschen Raum heute Abend zu starken Windböen kam. An der Mühle hat sich ein Holzteil gelöst und das drohte eben herabzustürzen. Wir haben das Holzteil abgebaut, nach unten gebracht und den Rest der Holzteile gesichert. Die restlichen Holzteile müssen gesichert werden, nicht dass da noch mehr abstürzt, weil das ganze Teil etwas baufällig ist und wir wollen natürlich nicht, dass hier noch jemand zu Schaden kommt. Wie ist das denn ein besonderes Bauwerk? Ja, das ist das Wahrzeichen von Achim. Das ist die Achimor Windmühle. Und ja, da sind zum Großteil eben noch Originalteile dran und dementsprechend alt sind die auch. Ja, es ist jetzt schon recht windig und es ist ja für den norddeutschen Raum, sind ja Orkanböen auch noch angesagt. Und ja, im Moment geht es einigermaßen noch, aber es soll ja zum Abend hin noch windiger werden. Ja, im norddeutschen Raum wird das wohl mit Sicherheit nicht der erste und auch nicht der letzte Einsatz sein.